Ich grüße meine Kinder Lisa und Christopher. Ich mein Enkelkind Fiona. So, ich grüße meine Tochter Bianca und Sarah. Ja, Mai, ich komme aus Bayern und deswegen sage ich dir, ich grüße den 1. FC Bayern München. Ich grüße meine Stammtischkollegin. Hallo, wir grüßen heute Abend nicht die Karin, aber die Helga. Ich grüße die Helga, die heute leider nicht hier ist, weil sie keine Blastmusik mag. Ich grüße alle, alle, die Spaß an der Musik haben. Hallo, Else. Schöne Grüße aus dem wundervollen Sternenberg, aus dem Festzelt. Möhlenteich. Tobias, da du heute Abend nicht hier bist und nur Countrymusik magst und keine Blastmusik, grüße ich dich ganz herzlich. Ich grüße alle meine Tauchfreunde, die Nemos, und wünsche ihnen so einen schönen Abend, wie ich ihn heute Abend haben werde. Danke. Bapsi und Nicole und Diana, die sind nicht da und die grüße ich natürlich. Ich grüße alle Schalker, von ganzem Herzen, und die mögen besser werden. Ich grüße alle Schoenbecker Mädchen an so einem schönen Oktoberfest. Cut. Meine Eltern grüße ich, die mich heute gesehen haben und das trotzdem toll fanden, wie ich aussehe. Und ja, ich freue mich, heute dabei zu sein. Ich grüße meinen Kollegen Jogi, der bald in Zandtrauma-Obsomberfest sein wird, nach mindestens so viel Spaß hat, wie ich hier. Prost. Ich möchte meine Mama aus Bottrop grüßen und meine Schwester Carina und mein Enkelkind, äh, mein Patenkind, das zu Hause bleiben musste. Und jetzt bist du dran. Du musst mich auch noch grüßen. Und die ist dann ja. Ja, ich grüße die Jenny aus Bottrop, die Nelkunde aus Mönchengladbach, die Romina und die Elena. Also ich möchte alle Menschen grüßen, die mich kennen und wünsche allen, die hier sind, eine geile Party. Ich möchte ganz recht herzlich meinen Chef Achim Becker grüßen, der alleine heute Abend nicht dabei sein kann. Unsere Eltern, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Fans und unsere Groupies. Ich grüße die Pilsener Wurm und alle Dorstener, die da schon seit Ewigkeiten leben. Dorsten ist eine schöne Stadt. Und wir grüßen die Pilsener Wurm mit einem Und so auf dies. Hallo, ich grüße meinen Freundin Sandro. Ja, ich grüße als König von Tamm meine Kinder Max und Marie. Ernst-Christoph Grüter, der Gott sei Dank Montag seine Krankheit beendet hat und wieder im Dienst ist. Alles Gute. Ich grüße auch Ernst-Christoph Grüter und freue mich, dass er aus dem Krankenhaus gekommen ist. Ja, Oktoberfest wieder in Schermbeck. Ich bin sehr froh, dass wieder viele Leute heute Abend hier sind in Trachten. Und ich freue mich drauf und ich schätze mal, dass noch heute Abend sehr viel Party steigen wird hier. Dankeschön. Ich grüße unsere Freundin Südtirol, Helmut Obermeier. Wir grüßen dich. Südtiroler Lied gerade gesungen und das war so geil. Danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank.